Oh, ich hab ein Falke nicht. Ich auch nicht. Warum habe ich da oben 69.000? Ich muss mal kurz auf den Radar wegziehen, ne? Mal kurz auf den Bild, ne? Und dann mal ein bisschen Blutpunkte hochpüsche, ne? Dass ich da mal ein bisschen höher komme. Der Bild, der Bild, der Bild. So, 17. Oh, jetzt hab ich jetzt dagegen so ein Hesse gehauen. Zack. 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 Das geht dann eh schon so versorgen, ne? Zack. Der geht richtig ab, da. Der dreht richtig am Rad, der kleine Schauser. Uh, Bild ab 18. Ja, ne? Geht doch einfach so schnell, gell? Ja, genau. Pflückt jetzt ja immer auseinander, genau. Ist ja nun Spielseil. Kann man ja mal machen. Ah! Oder auch nicht. Guck mal, ein Bild ist 19. Ui. Ui. Boah, du kannst, kannst du den Wuffel mal wegschicken. Das würde mich jetzt ein bisschen irritieren bei dem Spiel. Zugegeben, jetzt hab ich ihn auch wieder gestreichelt dabei, beim Seil festhalten. Und jetzt mach ich gar nix. Phil, das geht so nix. Ich spielte ja wieder Clued Dix. Das... Ei, 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 ei. Klar, Blutpunkte. Bloody Points. Blutpoints sammeln. Da ich ein Ding so kriege. Noch weiter. Den wehen? Den Bill? Den Bill. Damit ich, äh, englisch mal, äh, geliehene Zeit für Clued Dix hab. Uuuuh. Ich riech ja nur, wenn ich den Bill... Warum hast du bei mir vorhin nicht geliehene Zeit benutzt? Hä? Warum hast du bei mir vorhin nicht geliehene Zeit benutzt, als du mich, äh, zweimal abgehangen hast? Mit... Ja, warte, ich... Ich hab doch mit Clued Dix noch keine geliehene Zeit. Ach, du hast ja Clued Dix gespielt. Wollt grad sagen, ey, du Animator. Ah, sieh. Geh mal diese Clued Dix-Mains, ey. Dann spiel doch mehr Bill. Ich bin aus, äh. Dann kannst du gleich direkt Bill- Bill-Skill-Inerstattung mal wechseln muss. Ich geb dir gleich, alter. Fahrrad gegen Kopf. Warum spielst du eigentlich nicht Fagmin? Die ist viel besser. Hä? Warum spielst du nicht Fagmin? Die hat einen guten Perk, der wär für dich sehr hilfreich. Äh. Äh. Warum seid ihr schon? Weil, wie gesagt, einen Perk hat, der dir sehr helfen würde. Und der Perk hilft mir denn doch nicht? Was machen wir dann? Doch, der hilft dir. Einfach, weil... Warte, ich guck mal kurz danach, wie der heißt. Der Perk ist... Technikerin. Das wird dir definitiv helfen. Wen hätte ich jetzt gerade ausgewählt? Ach ja, in mir. Ha, 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 ha. Er weiß nicht mehr, wen er ausgewählt hat. Doch, doch. Spielverderber. Ja, ich könnte es natürlich auch so machen. Ja, wer will schon eine unsichtbare Kludette haben. Eke, 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 eke. Ich muss noch jemanden vom Haken holen mit der Person hier. Mit mir. Dennoch habe ich erst meine Aufgabe fertig. Ei. Du hast Krallenhund. Das weißt du. Ey, und du hast Krallen. Ich wusste doch gar nicht, dass er einen Krallen hat. Ne, der weiß es offensichtlich nicht. Der hat mir gerade voll in die Hand reingehauen. Ha, 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 ha. Und jetzt hüpft er hoch und da ist es dann doch da hinten. Das sei. Ei, 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 ei. Weit gefehlt. War gut, dass ich keine Phase gemacht habe. Ja, kannst du ja jetzt für das Streamer machen. Hab ich schon. Also, wenn ich gehe so. Da hast du schon wieder Laufen. Jo. Ah, alles klar. Gab noch keine Anmod. Darfst du anmachen, wenn du willst. Ne. Herzlich willkommen zum Streamen auf dem Twitch-Channel PhilRap. Mit dem Hessen-Gamer aka Massinator. Auf YouTube auch. Maisie-Nerder ohne die 250. Der Maisie. Wer kennt ihn nicht? Oder die Maisie. Maisie-Nerder. Guck mal, wir haben Jane Romero dabei. Und ne Claudette. Zwei Claudette. Und ein schwarzer Ansuch. Ja. Jawoll. Und eine verdammte Hose. Opfer Nummer eins. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein Baum. Ich bin ne Baum. Ich bin ne Baum. Ich bin ne Fels. Oh, du willst aber Spaß haben vielleicht. Vielleicht ist diesmal wirklich ein Mori dabei und es wird genutzt. Haha. Oh nein, hoffe ich nicht. Wieso? Ist doch schlimm, wenn man nicht mal bis zum Haken kommt, sondern schon vorher getötet wird, nachdem man auf dem Boden liegt. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will doch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Hat er denn gerade den Besen mitgenommen? Hat sich so angehört. Was hat der mitgenommen? Besen? Der hat mit seinen Hintern den Besen getackt. Ja, moin. Wenn Popperchen hat er. Der hat den Besen getackt. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ui, direkt am Generator gespawnt. Ein verfallener Kuhstall. Weil, wie ich die Karte auch nicht ganz mag. Wie kann man die Karte nicht mögen? Weil er jetzt zwei, drei Meter schon kommt. Wie ich weiß. Ähm. Ja. Oh, Jane ist bei mir. Oh cool, der Killer ist das Schwein. Oh shit. Nein. Nee, oder? Doch. Ist das dein Ernst, dass das ein Schwein ist, oder? Nein, das ist nicht mein Ernst. Oh nein. Es ist ein Miescher. Und er hat mich ge... LOL, er hat mich durch die Wand durchgehauen. Es ist der Michael, oder was? Ja. Wo liegt denn der jetzt? Äh, der hat den direkt aufgehoben. Der hat den aus dem Schrank geholt. Und da hängt sie. Nooo. Ich hab mich umsonst geheilt. Rette mal jemand den Dude da, bitte. Und ich mich helfe auch nochmal mich nebenbei. Jetzt zerflügt der da zwei, der Sack. Ich glaub's nicht. Ja, okay. Jetzt ist Smile jetzt wieder da. Der kämpft da richtig hart ab. Einsig ein ab. Nein, ich kann mich nicht weiter heilen. Ich bin fast voll. Ich bin hinter ihm. Ich versuch's. Link ab. Durch. Durch. Jetzt werde ich liegen. Hier ist nämlich keine Palette. Oh nein. Oder auch nicht. Er ist schon wieder weggegangen. Er ist weggegangen. Ja, er hat sie direkt wieder geschlagen. Ja, er kämpft halt. Wir haben einen Camper-Keter. Also wir haben, also wir haben einen Rutscher als Gegner. Und tot. Ja. Weil er wird zu lange gebraucht haben, um die zu retten. Und der halt sie abkämpft wie nichts anderes. Weil er nichts anderes kann. Obwohl es Michael ist, weil er hat nicht mal campen nötig. Aber auch klar, nehmen wir mal. Wartenlappen. Wartenlappen. Da schau's. Du hast ja auch Leute, ob man da nicht ist, ne? Ja. 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 Nein. Nein. Beim Keller. Da kommen wir nicht durch. Palette. Palette. Warum ist hier keine Palette nirgendwo? Oh mein Gott. Askai. 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 Verdient erscheint. Haha. Let's chill here. Hilfe. Basti. Ich bin hier hinten wo die eine gerade gestorben ist. Jo. Alles klar. Wo bist du? Ich bin auch in der anderen Ecke. Heil mich. Du sie. Was ist das? Du sie größte Anime im. Dankeschön. Dankeschön Steffi. Jetzt wurde ich doch endlich mal geheilt. Kann mit dem sei gerade nix anfangen du. Das glaubst du oder nicht. Uh. Der jail ist fast fertig. Jo. Nööööööööh. Wolltest grad deinen Computer taken, her? Hab ich schon. Ich hab dafür noch einen Punkte gekriegt. Hahahaha. Hahahaha. Er kommt wieder. Oh Masi. Oh oh, ich glaub, er hat mich gesehen. Ich glaub, ja, er hat mich gesehen. Ja, er verfolgt dich. Oh oh. Arschloch. Ich kann stundenlang hier stehen. Komm, mach, der Fall ist kaputt. Er ist dort müh. Ja, jetzt haut er jeden mit einem Schlag runter. Weil er Stalkenist 3 hat. Ah! Man sieht, ich will jetzt ja nur laufen. Oh oh oh. Ja, unter dem. Hallo, was knapp. Ja, schon will er nach mir, Alter. Das kann halt wahr sein. Ja, aber irgendwann geht das auch wieder runter. Dann braucht er wieder zwei Schläge. Ach, hier ist ein Gälder, oder? Ich glaub, er hat mich verloren. Nein, er ist hier. Er hat mich aber wirklich verloren. Geil. Ja, er verfolgt mich. Juhu. Boah, Marci, ey. Was soll das denn? Ich kann alles dafür, wenn er mich verliert, der Sack. Nur weil ich zu schnell kann, ich war. Mein Gott, ey. Er lockt er immer wieder. Er bringt immer wieder den Killer zu mir. Na, Gott, wahr. Was ist das mit dem Schiff für ein Scheiß Team, ey? Mit dir wird man mehr gefickt als vom Killer eigentlich. Bist du schon? War es auch in der Leer. Ich weiß nicht, wo er ist. Hörst du doch, Puls ist auch nicht mehr. Alter, er geht immer noch hinter mir her, ey. Hör doch mal auf. Ist doch geil. Alter, der geht einfach nicht auf. Mich hat er schön verloren. Der, ich glaub, er ist halt nur im Kreis hier bei diesem Scheiß. Ich bin in der Mitte der Map. Er hat aufgegeben. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin in den roten Schuppe. Er ist weg. Er ist zum Jen gegangen, der fertig gemacht worden ist. Jawohl. Easy. Ja, ist ja auch tot gewesen. Komm zu mir, rote Schuppen. Ich bin ein roter Schuppen. Ah, du bist da, wo der Keller ist. Ja, da gehe ich ja sicher nicht hin, du. Bei dir ist der Keller. Ja. Tja, Michael, hab dich früh genug gehört. Ne, 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 ne. Ja, weiß ich, der Camp schon kann trotzdem nix. Das war daneben, das war daneben. Nein, nein. Hahaha. Der Kitte kassiert da mal wieder. Leid mir in Ruhe. Das war daneben, das war daneben, das war daneben. Also wenn ich so weitermache, habe ich gleich schon mal einen Jen fertig, ne? Er hat mich verloren. Ich will keinen Jen fertig kriegen, ja, okay. Oh, oh, da liegt der Maid von uns. Ja, man. Er hat mich im Maisfeld, hat er mich ver... ...verfehlt. Er hat geschlagen und im Maisfeld habe ich mich so schnell gedreht, dass er mich verloren hat. Aber ich glaube, da war die Kollegin irgendwo im Maisfeld. Ich glaube, die hat er getroffen. Da hängt sie. Wir werden sowas von sterben. Und easy. Genau als eigentliches Barbecue-Zinn sein müsste. Ich glaube, er hat kein Barbecue mit, sonst wäre er schon längst zu mir gekommen. Macht die Fluchtversuche oder will die Anzeiten, dass er bei ihr ist? Die ist am Strugglen, die kämpft gerade. Ja, weil sie Fluchtversuche gemacht hat. Nicht unbedingt. Doch. Boah, ja, der Michael kommt direkt her, alter. Der kämpft doch, vergiss das nicht. Ich habe kein Bauteil, aber ich muss... Nein, du Arsch! Ich war zwei Meter daneben. Ach, Michael. Okay. Die sind heute als beide. Häuser runter, Häuser runter. Bin dabei. Aufgabe geschafft, Tagestiel erreicht. Lauf mir. Jetzt komm zu mir, alter. Ich weiß nicht, wo Michael ist. Der ist gerade zu den anderen gelaufen. Ja, die hat mich so... Oh, schade. Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich, bevor der Blick kommt, hol mich runter, hol mich runter. Alter, was ist denn los? Jetzt ist er tot. Und er sieht uns wahrscheinlich. Ja, moin. Ich hoffe nicht. Wir sind tot. Alter, der Bodyblock, der mich schon wieder, der Sack. Das ist zu dem Haus hier hingehen. Ins Haus. Dann heile ich dich. Kriege ich Punkte für. Und du heilst mich dann, und dann kriege ich einen Punkt. So. Er kommt wirklich. Er kommt, er kommt. Hör auf, hör auf. Nein, der ist nicht das Fenster. Nein. Jetzt beißt er mir den Pulli rein, toll. Ach, Mann, du doofe Sau. Oh, hier ist wegen der Haken links. Er läuft vorne aus, holt mir hin. Ist ja blöd. Boah, bitte. Ich würde gerne die Luke kriegen, um ehrlich zu sein. Lauf doch nicht so weit weg. Nein, das ist Haken. Nein. Oh, du lebst noch. Okay, alles gut. Er steht auch direkt links neben mir. Ich seh's. Er tunnelt. Er tunnelt dich. Ja. Such die Luke. Alles klar, ich weiß, wo die Luke ist. Such sie. Du erkennst, wo sie ist. War Sound. So lange, wie ich kämpfe. Komm, such sie. Die ist zu. Die macht keinen Sound. Und du laberst sowieso dazwischen gerade. Ja, was musst du drauf sehen. Ich muss nur meine Augen offen halten. Und die Luke ist wieder so so ein Ding. Jetzt siehst du nicht sofort so gut. So schnell. Schwer ist, wo ist denn die Luke? Ohne Spaß. Ich hab halt keinen anderen Punkt. Ich weiß nur, wo ein Ausgang ist. Daher weiß ich nicht, wo die Luke ist. Hier ist es schon mal nicht. Die ist nicht immer in der Nähe. Ach, da hinten waren die zwei Ausgänge. Ich musste wissen, wo die Ausgänge da für sind. Weil das immer da irgendwo dazwischen liegt. Ich hab den zweiten Ausgang nicht gesehen, ey. Genauso wenig hätte ich aber darauf hören können, wo die Luke ist, weil ich am anderen Ende bin. Und zeigt er ja auch noch für die ersten Momente, wo sie dann endlich offen war, so ein schönes Atmen da hatte. Jetzt kann ich aufgeben. Ich glaub, ich glaub, der mich jetzt laufen lässt. Ja, ein von den zwei Ausgängen ganz aufmache. Sie sind direkt nebeneinander. Bei irgendeinem steht er. Er steht dazwischen, weil er nur da gucken muss. Ich hab ihn grad gesehen. Siehst du, da kommt er. Warum auch ein netter Michael sein? Camper, Camperkiller, ey. Richtig schlecht. Weißt du, mit Michael campen müssen, ist schon eigentlich das Zeichen für, du kannst nichts. Du kannst sogar wen... Kannst du jetzt mal... Oh, war mit dem Seil? So. Das Seil, der hat jetzt fliegen. Oh, die Tür ist zu. Jetzt kommt er nicht mehr rein. Das gibt's ja gar nicht. Der drückt mir das Seil in den Schoß rein, ey. Ah. Nicht, dass er jetzt so schlau ist, so um und kriegt die Tür rauf. Dafür ist er zu klein. Oh, zum Glück habe ich kein Ding verloren, ey. Ey, boah. Ich hab sogar eins dazubekommen. Ach, schloch. Das schweige, das Hüse. Aber jetzt muss ich mir ein Nier spielen, jetzt habe ich die Tagesaufgaben mit dir fertig. Easy. Easy. Einfach mal wieder hier abgeliefert. Was? 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 Das geschieht nicht. Okay. Der bräuchte auch keinen bestimmten Schaf für. Da kann ich trotzdem jetzt hier erst mal hoch machen. Krankheit. Nee, ist unbekannt. Nee, Krankheit. Nee, 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 nee. klingt gesund Level 11 3 Perks jetzt dabei Und da ist Ja, das Gegenstand Ja, toll, Schlüssel Schlüssel Brauchst du Schlüssel? Nee, obwohl du brauchst so viel Luke Wenn die noch nicht offen ist, kannst du ab einem bestimmten Zeitpunkt die Luke damit öffnen Für dich Dann kannst du einfach durch abhauen Nur für mich oder was? Ja, wenn noch andere Spiele direkt neben dir stehen, die du mitnimmst Zum Beispiel wie mich hier zum Beispiel Kann ich auch noch schnell mit durch Und die anderen zwei haben dann gelitten Und der Keller denkt sich, hä, warum sind die jetzt schon weg? Ja Scheiße, ich hab' den Schlüssel mit Oh, ich lauf' ganz einfach rum und such' die Luke Mach's auf und sag dann, ciao Die sieht man aber erst, wenn nur noch ein Generator gemacht werden muss Was? Erst dann spawnt die Ja, das war Binnot Tja Das ist ja überhaupt Assi-Spiel Das bringt doch nichts, wenn du direkt am Anfang rausgehst Dann kriegst du viel zu wenig Punkte allgemein über die Runde Um überhaupt nen Pip dazu zu kriegen Dann kriegst du höchstens n D-Rank Nen fetten D-Rank? Ja Die Ranks hört sich auch nicht so schön an Ja, dann gehst du in Rang zurück, dann bist du wie in Rang 18, mein Freund Nö, dann hab ich, ich hab doch drei Dinger noch Du Ja, okay, wenn du das dreimal machst, dann hast du bis auf jeden Fall Rang 18, die Ja, ich hab' da Gut, dass ich mich gerade kurz gemuted hatte Warum? Ich hab grad, Birgit, du geredet hast so hart gehoogstet. Man hätte nicht ein Wort verstanden von dem, was du sagst. Hat man mich jetzt nicht gehört, weil du mich gemutet hast oder was? Nein, man hat dich gehört. Ich hab mich nur gemutet, nicht dich. Achso. Warum machst du sowas? Weil ich verrecke zwischendurch. So, wenn ich jetzt noch eine gute Runde kriege, kriege ich gleich die nächste Aufgabe fertig. Ja, wenn ich jetzt noch eine gute Runde erwische, dann bin ich auf 16. Wow. Wenn ich jetzt noch eine gute Runde erwische, bin ich auf 14. Schnauze, du kriegst jetzt eine scheiß Runde. Raus mit den Fischer. Raus mit den Fischer. Ich weiß, dass du das jetzt gerade gemacht hast. Ey, Mann. Was war denn das? Fünf Jahre später. Ja, ich weiß, dass du das jetzt noch rein. Nur wegen Rang 17 brauchen wir schon so lange hier. Ey, schnauze. Sonst zaster auf schnaster. Wusstest du, dass du bei... Ach, guck mal. Guck mal. Ein Max ist online. Aha. 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 Ein Max ist online. Oh, er schreibt mir das bei WhatsApp. Aha. Lade dich noch in die Party ein. Was ist denn das für ein Arsch? Ja, der wird bestimmt bei... Warte. Check mal kurz andere Partys nach. Der wird bestimmt... Nee, bei Doc ist er nicht drin. Ui, das ist bei Björn. Bei Colin ist er auch nicht drin. Äh, wie Björn. Das ist bei Björn. Ich, 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 ich sehe keine Party von Björn. Vielleicht ist die privat. Damit du da nicht reinkommst. Ach, bin ich heute wieder nicht. Der soll mit Björn in a party. Natürlich. Ach nee. 360. Geil. Ich habe mir jetzt ingeladen. Haben wir immer noch keine Runden gefunden, oder was? Nö. Ach, der Massi. Ja, Hauptsache das jetzt war online 17.21, Alter. Und draufstehung habe ich es gelesen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach man, das macht irgendwie Spaß, den Charakter zu drehen. Was machst du? Den Charakter drehen. Klar, du reichst es bis dahin und dann nicht mal für den ganzen Halben. Bisschen mehr als den Halben. Geh los. Glaubst du, Max kommt hier rein? Nö, ich versuche ihn ja gerade zu erreichen. Per Telefon. Ach komm, ich hole uns mal beiden ein bisschen Glück. Nö, kommt nicht. Er hat keinen Bock auf dich. Du bist schuld, dass die GFO am Ende ist. Er will sie doch selber, äh, fähig machen, also. Ja, aber die GFO war aber sein Kind. Er hat sie doch gegründet, mit Conan zusammen. Ja, hat sich auch in der zurückgezogen. Ja, das hat doch schon alles aus. Moa. Wie viele EP fehlen dir zur nächsten Spielerstufe? Hä? Zweitens bin ich bei 27 bin. Ja. Äh, 1382. Warum hast du so wenig? Bei mir fehlen 3004. Ja, vielleicht, weil ich für, äh, mein nächstes nur 3.300 EP brauch. Du, Freak. Ich bin vielleicht ein bisschen weiter unten. Schon was da drüber nachgedacht, Kollegen. Wir haben einen Nancy dabei, jawoll. Einen Nancy. Und ein David King. Und ein Nier-Kreuzern. Und Klodecke. Und eine, und eine Unsichtbare. Wir haben den Klodeckel dabei. Klodeckel Morel. Klodeckel. Reicht schon. Eeeh. Bis geht. Wow. Wow, Alter. Einer hat, äh, umgedreht. Das war eine Siegversat. Ja. Das war bestimmt du. Du hast bestimmt irgendeine Karte. Nein. Ich hab doch das Lian da mitgenommen. Ich hab den Beutel. Du erholst, bringst nur dir selber Glück. Du bist so ein egoistischer Spieler. Ja. Das ist so typisch Klodeckel-Spielstil. Fresse. Ich hab den Klodeckel. Ich hab den Klodeckel. Sonst zählt's da in die Fresse. Na komm her, du. Hälst mal, du. Schnauze, du. Wie war das Überfall in Sachsen? Achtung. Händlis, Hüft, Lüft, Lüftli. Hey, what day? Hey, what day do is all? Soll ich schon mal sagen? Aschle kuscheln. Verstanden? No. Arschle kuscheln. Keine Ahnung, was ich nenne. Schweizer, dietsch. Ist ja etlich. Ja. Ach nee. Ach Phil, das hast du mit ab. Wir stehen alle zu viert. Ja moin. Die beste Map im Spiel. Die beschissenste Map. Wir laufen einfach alle zu viert rum. Ist das nicht irgendwie falsch? Der Killer ist hier. Ich weiß, der Blockkiller ist gerade gegenseitig. Wir stehen hier auch alle, einer weiß ich wie hier voll eingebaut. Wie wir auch alle hier hängen. LOL, das ist ja Trapper. Wer ist es? Der Trapper. Trapper Tony. Alle Leute, wir sind in der Ecke rum, ne? Trapper Tony. Die scheint irgendwo ein Gen zu sein. Dann suchen wir den mal, ne? Wo bist du hin? Wir sehen dich nicht mehr. Wir sehen dich nicht mehr. Wo bist du hin? In der Mitte. Pferd wir aufgenommen. Können wir mal aufhören, mir nachzulaufen. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Hier, halt aufhören, mir nachzulaufen. Hier, halt aufhören, mir nachzulaufen. Okay. Das war der Spasti. Hier, nimm die Truhe. Äh, dann falle ich mal in den Schlüssel. Er scheucht den Rahmen auf. Warum bin ich überhaupt schon wieder Obsession? Der Skill-Check kam exakt, wo ich gerade losgelassen habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist nicht denn hier. Lauf! Ich bin von dir weg. Hast du mich verloren? Nein, ich bin... Ich seh dich noch von weit. Also ich hab ihn auch... Ich hab ihn wieder ausgeworfen. Ja. Dafür war er auch so nett. Wo bist denn du? Hallo. Ah, hi. Hi. Ich stand hier um Necke. Komm mal, Schnecke ist Zuckerstühle, du, oder? Oh. Dein Ernst? Hör mal rein, Lütscher. Ich muss Barbecue vorbeugen, auch wenn das wahrscheinlich jetzt schon gesehen hat, dass ich hier drin bin. Obwohl, der Gin ist fast fertig, ey. Nee. Oder auch nicht. Der Killer kommt! Oder er kämmt. Nö. Sehr gut. Hi, Nancy. Ah, da ist er! Da ist er! Jawoll! Oh. Pfff! Ah, ha, 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 ha! Da war der Schlicht! Nein! Keines Zerfallensteller! Ha, 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 ha! Boah, wie unfassbar fail war der. Nein! Okay. Ach, chill. Na, super. Jemals erwisch. Die können ja gar nichts. Ach, Mann! Die können ja gar nichts. Ja, und er haut den anderen auf, oder? Ja, moin, und er hängt da. Weißt du, wieder all die Mühe für nichts. Er legt direkt vor mich ne Falle jetzt. Und er schlägt auch auf mich ein, was für ein Hurensohn, Alter. Moin Fussel. Willkommen im Stream. Wie geht's dir? Herzlich willkommen im Stream. Viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß bei Philipp Lepp. Achtung, da ist eine Falle, Nancy! Ha, ha, ha! So, die so bildet. Hier nach für sich. Hau rein, du Lütcher. Oh. Hier ist ne Sackgasse. Ha, ha, ha. Können wir jetzt mal einen Jenny Fanny machen? Wo bin ich hier überhaupt? Ich stehe ja gerade so ein bisschen in der Nähe und Näge. Ja. Und heimisch war. Ja, ja. Ich hoffe, der hat ne Truff der Krankenschwester dabei, Alter. Schlechte Menschen geht es immer gut. Und dir? Ja, mir geht es eben entsprechend natürlich auch immer gut. Aber danke der Nachfrage. Den Fähigen geht es nie gut, wenn er da ist. Kannst du mal den Dutcher jetzt mal retten? Ich muss hier aufpassen, dass hier irgendwo ne Falle ist, Alter. Äh, ich wollte nicht am PC um. Ich hab nur geguckt, wie mal Kinder spielen ist uns auf dem PC. Und, äh, wie es ist der Mann. Doch, die ist doch so, die ist doch so will. Die rennt direkt wieder in die nächste Falle. Und zeitgleich wollte ich wissen, wie die Jägere sich spielen lässt. Absolut, Alter. Was ziemlich heavy war. So gut bist du Nancy, Alter. Dafür wirst du bestraft, Alter. Du Sau, Alter. Bin sie jetzt raus aus der Falle. Oh ja, nicht. Die Nancy ist bei mir gerade. Die lässt sich gerade heilen. Ja, wir machen jetzt gerade den Gen weiter, ne? Also du kannst kurz retten gehen, wenn du willst. Wenn du es schaffst. Oh, der Killer kommt hier hin. Oder? Ne, tut er nicht. Sehr gut. Wir haben den ersten Gen fertig. Jawoll. So musste es. Aber rein hier. Hehehe. Der Killer kann ja gar nicht sehen, der Chorepa. Und den nächsten Gen gefunden. Ja, super. Junge, Junge, Junge. Er ist diesmal nicht in die Falle reingelaufen. Ich glaub's ja nicht. Diese Anti-Made. Der Anti-Made ist diesmal nicht reingelaufen, ey. Ich glaub, ich hab meinen Mate grad gefunden. Nancy läuft hier ein und macht mit mir einen Generator nach dem nächsten. Und lässt sich ständig vor mir heilen. Hälft dir mal. Der Mate liegt schon wieder. Ne, ich bin jetzt bei euch. Hi. Ja, okay. Passt schon. Er ist jetzt für sich. He, jeder für sich. Warum kommt man mir so viel Fähigkeit, Schätze? Er ist tot. Rennt, rett ihr sich. Wir können nicht jeder für sich. Der Killer kommt. Du kannst, du kannst dich mal Arsch lecken. Ja, ich komm nur gleich mit, Nancy. Geh schon mal vor. Ich bin das Mann. Ich bin das Mann zweit näher. Nein. Lauf, Nancy, lauf. Der für sich. Ah! Er hat Nancy getroffen, nicht mich. Boah, hab ich ein Schwein. Wo bist du hin? Am Generator, der in der Dusche ist. Ja. Ja. Wo soll denn das sein? Wir waren grad neben der Dusche. Ich bin mit ihr in die Dusche gelaufen mit Nancy und dem Trapper. Ich war auch grad dabei an der Dusche. Aber den Generator kann nur eine Person machen. Die anderen aus der Seite sind alle zu leider. Was? Das war Assi. Ich stehe immer ein bisschen rum, ne? Joa. Such mal gerne einen Rad oder einen Lutscher, ey. Steht einfach rum. Geil, wahr. Ich bin schon weg. So ein typischer Klo-Deckel, in der heruntergekommenen Dusche. Ich bin auch schon lange weg. Du bist schon lange weg. Du stehst am Ecke, du Lutscher. Tue ich gar nicht, du Lutscher. Ich seh deinen Arm mit dem Schlüssel in der Hand. Woher siehst du mich denn? Nein! Oh, Nancy ist in der Falle gelaufen. Ist das ernst? Geh ihr helfen, los. Nancy ist mein Mate. Nancy ist ein Scheißdreck. Jeder für sich. Die ist doch eh tot. Nein. Nächsten Gen gemacht. Siehst du, die lebt noch. Die muss aber direkt kämpfen. Los. Helft ihr. Hilft du ihr doch. Ich bin auf dem Weg. Scheiß nicht. Ich hab aber die schlechte Seite. Oh, ich bin beim Keller. Richtig riskant hier, wo ich langlaufe. Nicht nur du. Ich auch. Oh, der Killer ist bei mir. Der Killer ist bei ihr. Das setzt du gerade eine Falle hin. Nein. Er kämmt sie ab. Jawohl. Lauf. Nancy, Lauf. Woher wusste er, dass ich hier bin, Alter? Barbecue. Wird dich heißen? Sanit, du warst im Schrank. Ich war nicht im Schrank, nein. Nein. Ich war gerade im Tod und mache leider. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ich höre ich es auch, aber er kommt direkt zu euch, ne? Ich weiß. Kann einer kommen, um mich holen? Ich bin dann ein Kämpfer. Ja, verfolgt Nancy. Ich bin auf dem Weg. Mit Killer, so wie ich das anhört. Lauf. Ich hab getankt. Oh, der tat weh. Ich heim mich erstmal in der Dusche. Der ist nur an mir, Alter. Er will mich. Nein. Der Killer kommt! Der Killer kommt! Der Killer kommt! Nein, Nancy! Warum? Warum? Ich hab's mir schon gedacht, als ich es verursacht hab. Warum hast du dich durchgezogen? Könnt vielleicht daran liegen, dass ich die Kerze ich gemacht hab. Wirst du am Kämpfen, oder was? Nö. Der Killer spielt hier noch ein bisschen rum. Ernsthaft? Du bist bis zum anderen Ende der Map gelaufen, um dich zu heilen. Und Nancy ist in der Falle gelaufen. Ja moin. Boah, weißt du? Ja, das andere Rett in der Karte gelaufen wird, um mich zu heilen. Ich seh dich da und kenn die Bewegungen schon aus, wenn ich hier spiele. Das Spiel seit zwei Jahren. Was soll ich auch sagen? Dann kann er das bei mir. Alter, ich werde hier sterben, nur weil Masi so ein Undi-Made ist. Ich versuch zu dir zu kommen. Sicher hast du probiert zu mir zu kommen? Ja, ich bin hier grad ein bisschen an Schwangeln. Noi. Nancy ist grad, Nancy ist grad in den Schrank reingegangen. Ja moin. Ah, ich muss zwangeln. Beim nächsten Mal hängen bin ich tot. Da geht's ja quasi so wie bei mir. Oh ja, der Killer kommt direkt. Ja moin. Hau rein. Was ist gut? Ich bin galt. Quatsch. Du sollst nicht in eine Richtung laufen, Alter. Mach dich da ab! Mach dich ab! Verfiss dich! Du bist doch so behindert, ne? Du bist so ein Stück Scheiße! Du bist so hässlich! Ich heil' mich schonmal. Du sollst Palette bistag! Nein, er kommt zurück! Nein! Jawoll! Schönen Fall! Mach's gut! Das ist die Scheiß-Suche, Alter! Was ist die Scheiß-Suche? Ich will abhauen! Die ist doch nicht da, es sind zwei Generatorne, aber du musst einen haben, der nur noch zu machen ist. Er hat seine Obsession mit einmal. Warum werde ich ein bisschen Obsession und wird dann immer getötet, ey? Nur wegen Massi, ey. Mit Spaß. Ich dachte, der geht wirklich auf dich, ey. Das ist ein Scheiß. Spaß! Ich werde vom Wasser gelaufen. Der ist auch noch geläht. Mein Gott, muss das sein. Und nächste Tagesaufgabe fertig. Ja moin. Und auch Archivaufgabe fertig. Läuft, ey. Gruppe 5 freigeschaltet. Noch mehr frei. Geil. Und krank 14 aufgestiegen. Der Nächster. Ja? Fuck. Okay. Ich habe aktuell 4.000 Punkte mehr als du. Wo sind du? Oh nein, er hat Nancy gefunden. Wenn er sie jetzt hängt, dann wird die Luke direkt auftauchen. Oh, sie ist beim Keller. Sie ist beim Keller. Sie ist beim Keller. Ah, ist doch scheiße. Okay, sie ist übergegangen. So, jetzt musst du die Luke finden. Ab jetzt. Ja. 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 Ich war ja voll das. Ich habe ihnen damit nur gezeigt, wo du bist, aber ich habe ihnen nicht die Chance gegeben, dich zu hauen. Er läuft hinter mir her. Ich haue jetzt mal. Während er schlägt die Palette vor die Nase. Ja. War richtig guter Zug von mir, in die Richtung zu rennen. Palette. Wo bist du? Palette gefunden! Palette in die Fresse! Ja. Ja. Das sind immer ordentliche Blutpunkte, die ich jetzt hab, ey. Ja, ich hab 25.310. Und du? Ich hatte gerade 61.000, hab aber schon 19.000 ausgegeben. Ah. Ah ja. Und Rang 13. So, was haben wir denn alles dabei? Oh, abfahren. Rang 20. Ah. Rivella ist raus aus dem Delta Drive Club. Wer? Rivella. Er hat geschrieben, everyone, ich bin raus. Lachhaft. Rivella. Rivella ist wo raus? Aus der GFO. Delta Drive Club, wo haben sie es ja jetzt aktuell noch. Rivella? Rivella? Wer war? Anders noch. Äh, ursprünglicher Mercedes Fahrer, zusammen mit Oyster Racing. Achso. Eieieieiei, immer die Rang 14 Nukes hier. Wie heißt die Mulde? Das bist du eigentlich schon wieder eins von mir. Weg, du Sack. Du kriegst mich nicht mehr. Wir bleiben bei zwei Abstand, mein Freund. Das holst du nie auf. Ach ja. Vielleicht schaffe ich es ja schon vor, bevor du Rang 15 bist, auf Rang 13 zu kommen. Die Schnauze. Mama, ich will das nicht. Ich will auch Rang 14 sein. So was wir in dir finden, war das so schlecht klar, oder? Das ist die Argumente an den Low Wanks. Übrigens, auch mit Rang 13 wäre es nicht anders. Auch wenn du auch Rang 13 wärst. Das dauert allgemein. Umso höher der Rang, umso eher findest du sogar jemanden. Weil dafür musst du aktiver spielen. Das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, ich war ja mal 18, und hab mit welchen zusammengespielt, die waren schon 2 und 8, Alter. Ich weiß, wie lange da, da konnte es 2 Zähne rauchen in der Zeit. Oh, Phil weiß, was ich jetzt Schlimme mache. Du hast schon wieder ein Schlimme. Nein, weiß ich nicht. Da, ich sehe es. Weißt du, was ich mache? Ach so. Ja, ich bin ja nicht verreckt, ne? Deswegen hab ich noch in der Hand. Aber du hast ja auch nicht benutzt, als noch ein Generator zu machen war. Aber du halt direkt die Chance gekriegt hast, mit der offenen Luke. Das Schöne ist, wenn jetzt du gewesen wär, hättest du trotzdem durchgekonnt. Ich dachte mir so, warte mal, ich höre doch hier was. Phil so, ich höre sie. So, ja, ich auch. Und Jacqueline, da ist es durch die Luke. Ja, ich wollte erst sagen, guck mal nach rechts, aber da war ja noch die Wand, deswegen hab ich ja erstmal nur gesagt, ich höre sie. Okay. Ich hab erst gedacht, ah scheiße, jetzt bin ich bestimmt in die falsche Richtung gelaufen. Das wär so richtig als Tuff gewesen. Und dann nicht wiedergefunden, weißt du. Und dann hätt keiner zugemacht, dann hätt ich's ja wiedergefunden, dann hätt ich's aufgeschlossen. Ich hätte viel mehr gedacht, wärst du gerade reingesprungen, er hat schadst vom Angriff an, fängt dich deswegen an zu grabben und du bist direkt auf der Schulter von ihm. So, das wär ja auch was krass zu tun. Das schwöre ich dir aber. Dann hätt ich richtig gelacht, so. Ach komm, ich war auch schon hilfsbereit, guck mal, wie viel, wie viel, wie, wie oft ich die von den Tagen oder wo ich hab, die Randoms. Ja, ich aber auch. Und vor allem, guck, guck mal bitte, wie gut ich dich vorhin, beim Ausgang vor dem Kinder geschützt habe. Du hast keinen Schlag abgekriegt. Ey, der hätt da auch locker einmal zuhaugen können, alter. Guck mal, der hat durch Zufall hat er dich gefunden und das hat er ja trotzdem mich gewählt, weil ich dich geschützt habe. Ja, in letzter Ernst, Alter, ich bin gerade mit der Zereo stoppen fähig geworden. Hättest du noch mal dreieck drücken können oder drauf drücken können, ey. Lass uns losgehen, ich wollte mal eine Raure. Hessen, Gamma, in 50 Sekunden geht's los. Ja, so schnell hab ich die Zige auch nicht gehocht. Auch wenn's so gestoppt ist. Zwei Züge hinweg. Oh, die ist bisschen fest geworden. Deswegen ist die nicht so schnell weggequimt. Lass uns mal losgehen. Lass uns mal liefen. Na, komm, ich spiel die eine Runde noch, ey. Bevor du raus. Ich brauche nütze hier. Rennen, Mann. Wie viel Zuschauer hast du aktuell noch? 50. Nein, fast. Wie viel? Keine Ahnung, ich muss gucken. Puzzle, bist du netter? Oder ist... Na, egal. Ich schreibe einfach kurz ab. Time rein, dann weiß ich auch, wie lange ich zeig, weil ich streame. Optime. Ich streame für eine Person. Ich konnte grad kein Dreieck drücken, weil mir war Dreieck. Grau hinterlegt. Das Spiel wusste, ich wollte einen Raum gehen, deswegen sollte ich nicht drücken. Sympathisches Spiel. Ach, jetzt hab ich gar kein Dings mitgenommen. Gar kein Opfergabe. Fuck it. Ich hoffe, wir kommen wieder in die Klinik. Nee, nicht schon bitte, Alter. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Warum nicht? Weil... Scheiße! Weißt du das? Hey, scheiße! Scheiße mit live. Hey, Jackeline, wo ist die Vaseline? Hey, Jackeline, wo ist die Dose fett? Nee, bitte nicht. Nee, bitte nicht. Bitte nicht im Stream. Und jetzt geht die Runde los. Schrottplatz. Hey, Jackeline. Und ich bin direkt an einem Gen. Geil. Und an meinem Ausgang. Und na... Ernsthaft? Mach die Musik aus, bitte. Ich bin schon am Gen dran. Bei mir ist gar kein Jam. Ich bin schon wieder Obsession. Wer sind das? Wieso bist du schon wieder Obsession? Ich bin die letzten Runde, jetzt jedes Mal, wo ich gestorben bin, bin ich die ganze Zeit Obsession gewesen. Also Ziel der Besessenheit. Bin ich jetzt schon wieder. Warum das denn? Wegen dem Perk vom Killer. Aber warum das immer ich bin, ist so eine Frage. Das ist doch geil. Das ist nicht geil. Weil ich auch weiß, wer der Killer ist. Und wer ist es? Das sage ich dir nicht. Ach, fick dich doch. Ich habe ja nicht gesehen, ich habe ihn ja nur gehört. Kann ja auch sein, dass ich mich verhört habe. Ich habe gleich den ersten Gen fertig, ne? Ich bin auch in einem dran. Ich will den Killer nicht sehen, ey. Der tut mir nur weh. Jedes Mal, wenn ich ihn spiele. Easy. Oh, schau. Und da kommt der Killer. Oh, Massi hilft mir. Nein, Esther. Taser. Taser. Bitte nicht. Komm, ich sage zu mir, ey. Mein Schäum ist gleich fertig. Mach dich ab mit dem Killer, Alter. Ich weiß, warum nicht. Scheiß Pflanze, Alter. Das ist die Pflanzenfotze. Dein Ernst, das ist jetzt kommst, Alter. Du willst so viele Punkte haben, du Fotze. Fertige Arsch. Oh Mann, schon zwei Generatoren. Puh, habe ich viel Arbeit gemacht. Assi. Schau, hier ist kein Toten. Oh, da hinten ist er. Wo? Ah, Entschuldigung. Dein Ernst? Hau rein. Du bist der Fotze, Alter. Ohne Scheiß. Nein, da ist er. Massi. Nein. Was warten die Fotze hinter mir? Mal ab. Oh, fick dich doch. Das ist deine Schuld, Alter. Nein, die ist ja schon wieder da. Ja, moin. Was ich mitgegrape vom Demogorgon. Nein, warum nicht die mich? Mal ab. Der geht schon weg, der Demogorgon. Boah, Alter. Die jagt jetzt wieder anders da, Alter. Wir sind auch zwei Randoms entgegengekommen, weißt du? Bei den ersten Malte hat er ja auch mal den zweiten anscheinend. Nein. Er hat die Randoms verloren. Alter, du Arsch. Er hat die Randoms verloren. Er hat die Randoms verloren, hat nicht gefunden. Nein. Ich hab grad den Wendor mit der Palette blockiert. Mit wem? Nein, jetzt läuft er mir hinterher, weil ich angehltig bin. Was ist das denn? Komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Ich bin hier hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Bei den Jemen, den man fertig gemacht hat, in der Mitte. Ja, ich seh dich. Nun, wo ist der Killer? Hat er doch nicht verloren, hä? Ja. Wo bist du hin? Hier? Ich warte, ich komme. Guck mal, hier ist sogar ein Tod. Ja, ich seh's gerade. Mal grad überlegen, mach ich das zuerst, bevor ich dich heile. Das mach ich. Ich heile dich gerade. Ich weiß, da steht eben auch von wenig Geilbärte. Entschuldigung. Ich wollte loslaufen. Zum Generator. Hä? Oh Mann. Hab ich die Scheu-Fähigkeit? Oh. Ähm. 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 Ja, moin. Der spawnt einfach durch diese Pornkacke bei mir. Lauf. Äh, das gibt's doch nicht. Ich bin mal im Haus. Ach, scheiße, ich bin im Haus, wo der Keller ist, Alter. Ich sehe doch die Killer, aber ich seh ihn nicht. Oh, der ist nicht gespawnt. Okay, ich weiß, wo er ist. Komm her, ich heile dich noch mal. Bleib stehen. Ich bin doch gar nicht verletzt. Ich heile auch trotzdem noch mal ein, glaube ich. Ich kann's, du kannst keinen heilen, der nicht verletzt ist. Warum sind wir jetzt eigentlich wieder an den Jam hier? Weil er fast fertig ist. Hast du. Ja, moin. Boah, ich hab's ja schon wieder gehört, die Fotze. Ach, noch ein Jam. Wart mal, Luke. Lass mal zusammen die Luke suchen. Ja, wir hören die nicht. Du musst mit den Augen diesmal gucken. Ja, deswegen sag ich ja, lass mal zu zweit suchen. Mach mal Auge, Junge. Lass mal Auge gucken. Luke. Ich hab Schlüssel. Lass abhauen, lass dir an zwei Stich lassen. Oh, ich weiß, was es ist. Der kommt, der... Du warst bei ihr, oder? Kann das sein? Nicht verlegen, wie er geschrien hat. Die Luke, die... Ach nee, das ist das Scheißloch. Das ist das Scheißloch. Portal. Der kippt sich das Scheißloch. Oh, da wurde man angeschnitzelt. Ich mach mal ein Tote. Ich mach ein Portal versiegeln. Hab ich gerade auch mal probiert. Dann ist er plötzlich durch das Portal erschienen. Und mein Charakter hat geschrien. Das Portal ist voll sch... Hahaha. Portal ist weg. Zumal so eins. Weiß ja noch eins. Oh, den anderen hat er angehittelt. Interessant. Der eine hängt. Interessant. Der andere liegt. Interessant. Oh, der war jetzt dumm von mir. Hab's nächsten Portal versiegelt. Er hat mich gesehen. Lauf in dein Leben. Ich, 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 ich könnte ja jetzt assi sein. Der wäre ich die Luke von deinem Verfahren. Ich hab' mich, ich hab' mich geopfert für die beiden Randoms. Okay, für eine Randoms. Ah, den muss ich auch mal spielen, den Demogorgon. Ich will ja auch immer machen. Allein schon, weil ich die Musik von dem geil finde. Ist auch bei dir? Ja, der kämpft mich gerade ab. Und haut die Luft. Jetzt haut er mich. Jetzt schreit er mich an. Jetzt kommt er zu mir. Ja, guckt mich weiter an. Geht's ein paar Schritte zurück. Geht einmal, guckt einmal sich um. Ich seh's. Fläderlöppen. Hast du's gesehen, Alter? Ja. Alter, was kämpfst du mich so ab? Wow. Wer mich jetzt runterholt, du musst ein Idiot sein. Ich renne doch schon. Warum bin ich die Obsession, ey? Bleib doch nicht, du Idiot. Okay, ich bin weg. Ich brauche was zum High, aber ich weiß auch, wo ich was herkriege. Wer mal liegen geblieben hätte ich ihn gehabt. Ei. Heizt mich mal kurz. Ich mach gerade das für toll. Kannst du das nicht mitmachen? Weiß ich nicht. Fuck. Nicht mit so'n... Tut der es überhaupt nicht. Wie er wirklich der eiskalt kämpft an der Stelle. Ja, ne? Ehrenlos. Wir haben die Luka bis jetzt noch nicht gefunden, ne? Ja. Scheiße. Hält die Augen auf. Anna Render wollte neun und es liegt. Ja. Ich meinst, wir sollten mal versuchen. Okay. Zwei wohl auf. Was ist denn die Scheiße? Du geil, oder? Keine Ahnung. Dennoch halte ich ja sowieso in jeder Runde die Augen offen. Oh shit. Der war gerade erstmal eiskalt bei mir, der Demo war. Hat mich aber zum Glück nicht gesehen. Ach, hi. Hab dich gefunden. Hast du Luka gefunden? Nein, dich aber. Hm, ich seh dich. Wieso bist du? Da, wo du gerade vorhin warst. Du hast gewartet auf der Aussichtsplattform. So, da und da. So, dazwischen muss jetzt irgendwo die Luke sein. Dazwischen? Ja, dazwischen ist irgendwo die Luke. Jetzt zwischen den beiden Ausgängen. Wo war jetzt der andere Ausgang? Äh. Weiß nicht, wo du bist. So will ich dir zeigen. Ja, ich bin bei den einen Ausgang. Mach gerade ein Portal. Ja, der andere ist in der Richtung, wo du hinguckst. Okay. Ich laufe halt raus. Ich laufe halt raus. Äh, hast du zwei schon mal in Porn? Nein, ich bin zu weit gelaufen. Easy. Ach komm, hau einfach ab. Easy, abgehauen. Läuft. Sind wir nicht gut? War's immer gut. Joa, wir sind gut. Beste Team, Junge. Beste Team, Junge. Und wie der ein Pip dazubekommen. Ich auch. Ach man, mir fehlt. Mir ist aber echt behindert. Mama. Was denn? Mir fehlt jetzt noch. Baderkeit, sag ich dir. Mir fehlt auch genau das 86 EP. Oh Mann, fick dich doch. Scheiß Spiel. Mir fehlt einiges mehr. Belastend. Mama. So bin ich. Jetzt geh ein Rauchen. Verrecke. Kannst du auch ein Rauchen. Phil. Ich hab dich gehört. Ich werde erst mal kurz hier einstellen. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Ne, ne? Doch. Geil. Ja, versuch doch, wenn mein Lobby, wenn ich jetzt noch drin bin, dann versuch doch überhaupt frei bei mir hinzukommen. Ach, ein unbekannter Fehler ist auch vertreten. Geil, ich geh jetzt in meinen Raum. Bis gleich. Ja, ich mach schon mal die Lobby wieder auf. Jo. So, liebe Stream. Wir sind mal unter uns hier, ne? Läuft doch ganz lustig mit dem Massi. Wir gehen jetzt erstmal hier schön weiter. Ich möchte dieses Liga-Teil hier haben. Und im Idealfall kommen wir gleich auf Rang 15. Ne, kommen wir nicht auf. Da kommen wir nicht mal im Leben hin. Hahaha. Das fällt mir aber früher auf, dass ich das nicht erreichen kann. Jo. Dann würde ich mal sagen, ich bin mal eben ein Rauchen, nehme den Stream-Chat mit. Ich warte natürlich noch auf den Massi Nato hier, ein Hessen-Gamer. Eingeladen ist er. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Falls irgendwas ist, schreibt in den Chat. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. ologist состо bat. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Dann würde ich mal hier sagen, bis gleich. Dann würde ich mit zwei Mal bên passion. ‑Dcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bin wieder zurück lieber Stream. War wohl schneller als Maske, obwohl ich sogar noch stopfen musste. Ach ja. Der, der ist halt schon alt, der Junge, der kann halt nicht mehr ganz so schnell. Was willst du? Ich war jetzt gerade, ich hab selber gestopft und hab in der Zeit geraucht und bin trotzdem noch schneller als du. Ja, du rausverstuhlte Zimmer, alter. Nein, ich bin einmal quer durch die Wohnung bis zur Küche gerannt, hab da gestopft und da dann sowieso den ganzen Tag Fenster auf das Gnade geraucht am Fenster. So, ich muss noch zwei Generatoren kriegen. Oh, jetzt führ ich in die andere Richtung zurück. Joa, also ich bin schon mal ready, ne? Achso, ich soll dir den Opfergabe eventuell nicht vergessen. Boah, solltest du im Idealfall nicht vergessen. Äh, was nehmen wir denn schönes Miet? I don't know. Trübes Reagenz. Glas. Oh. Ich habe Blähungen, das ist ja ganz schön fett. Ne, warte mal. Ich will mal ein bisschen mein Clodet weitermachen hier. Blutlevel wesig. Sonst bin ich bald mit Dings schon drauf vorbeigeurscht. So. Also Nia auf 14 ist schon mal ein starker Fortschritt für sonst immer wie Spieler. Joa. Muss ich mal sagen. Obwohl, habe ich nicht. Ah, ich verkehrt. Du beginnst die Prüfung so weit wie möglich vom Killer entfernt. Das steht ja auch mal geil, das nehme ich erst mal mit. Je, Jacqueline. Nicht mal mit dem Bild spielen ein bisschen. Hä? Nicht mit dem Bild ein bisschen spielen. Ah, ah. Ah. Ich bin beim toten Kopf, der sieht geil aus. Ich kann immer noch keinen vierten Pöck mitnehmen. Ich muss dafür noch die Stufe hier hochskillen. Das ist nicht so meine Musik. Das ist so, bei mir angesehen, genauso wie Rap. Deutschrap. Das ist genauso schlecht. Boah. Bitte mach das weg. Er macht das nicht weg. Herzlich nett. Boah. Wie kann man sich so eine Musik geben? Nicht mal blau kann ich mir so eine Musik geben. Echt nicht? Nein. Ich könnte jetzt meine Musik machen, aber dann kurz zum Strahl. Runde gefunden. Jawohl. Oh Gott. Schon wieder zweimal Klo-Deckel? Ernsthaft? Wir sollen schon wieder die in Schwarz. Boah. Was stimmt nicht mit euch allen? Immer Klo-Deckel. So, jetzt darf es aber auch wieder ausmachen, damit ich auch was im Spiel diesmal am Anfang auch direkt höre. Oh komm, das war jetzt schon mal ein bisschen besser, oder? Besser als das nicht davor, ja. War auch nur ein guter Schlager. Schlager ist scheiße. Der gute Schlager. Weißt du warum Schlager heißt? Weil die Leute, die die Lieder machen, geschlagen gehören, ey. Nein, Mann. Doch. Ich könnte jetzt fünf Wodka... Du kannst jetzt auch nicht sagen, dass hier ne Fischhaut geile Sau ist. Ich, ich, ich kann, ich kann jetzt fünf Wodkaflaschen trinken. Und ich würde trotzdem Schlager schlecht finden und mir denken, boah, wo ist die Person, die möchte ich jetzt schlagen. Hm. Das ist Batschi schreibt. Wer schreibt? Hm, später okay. Hui. Ja, die ich gerade ne Party hingeladen hab. Achso. Kohlelager. Scheiß gerade. Machen wir hier schon mal, dass das klingt, dass das klingt, der nicht bei mir ist. Ich hab Puls, Alter. Ich hatte auch schon mal ne geile Runde gehabt, ey. Und solche... Ich weiß jetzt schon, wer es ist. Wer ist es denn? Ich hab nämlich, ich hab nämlich, ich hab da nämlich was gesehen, das tut weh, wenn man reinläuft. Er trifft uns immer. Glück verraten. Wer ist es? Ich bin bei einem Ausgang. Wo bist du? Ich weiß ganz genau, wo du bist. Ist hier schon wieder so ein Scheißding. Ach, hast du auch ne Nachricht gekriegt? Mhm. Er war gerade direkt vor mir und hat seinen Fall aufgehoben, der Vollpfosten. Ich stand in einem Baum, ich war eins mit dem Baum. Diese typischen Claudette-Spieler, ey. Ich bin eins mit dem Baum. Oh, jetzt wird das Gamecheck aber klein. Wo bist du? Ich mach einmal ein Totem. Wow. Du siehst gleich, wo ich bin. Wenn der Generator aufploppt. Boah, ich seh gleich, wo du warst. Da hinten bist du. Alles klar. Aber der Killer ist hier. Ja, wow. Welcher von den beiden warst du? Hier ist der erste oder der zweite? Der erste. Shit. Und er hat mich schon getroffen. Ja moin. Haha. Ja. Laufen, ihr Katzen. Deine Sackgasse. Haha. Komm, zu Palette, zu Palette, zu Palette. Schaffst du? Ja, Kinderbetäubung. Wenn du nicht gehst, du dummer Sau. So nicht, mein Freund. Also verstehe dich, schein' dich, du dummer Sau. Haha. Oh. Wir fahren uns zur Falle, Alter, und direkt dahin, ey. Oh, ich bin mein Killer. Ich bin mein Killer. Beide, beim Killer bin ich schon die ganze Zeit. Oh, was ist das? Los! Jawoll! Was?! Du bist bei'n Keller. Immer noch, oder? Yooy! Er haut zu, es wird mir gesagt, er hat nicht getroffen. Ich lauf' zwei Schritte weiter, ich bin getroffen. Er hat irgendein Fluch-Totum, Alter. Das Reparieren geht echt langsam. Wir sind zu zweit an einem Jam, ey. Ich hoffe, der hat kein Barbecue und Chili. Er kämmt. Er haut mich hier schon zum zweiten Mal, während ich am Haken hänge. Oh, sie versaut's, ihr Ernst? Oh! Ja, er läuft jetzt auch zu euch. Genau auf euch zu. Von rechts aus kommt er, von meiner Sicht aus. Also von euch aus. Ja. Ich bin mal weg. Ich hänge ein bisschen ab. Also dein Mate-Bed da stehen erstmal, lustigerweise. Hat da irgendwo eine Falle bei dir platziert? Nö. Ich komm drauf, sie ein bisschen langsamer. Ich kann mir nicht so sicher sein bei dir. Weg. Ich blockier mich doch nicht! Er tankt einfach nicht. Er ist natürlich direkt hinter mir, Alter, weißt du? Wow! Alter, was war das denn? Wie unwahrfassbar war der Wurf jetzt? Haha, fress Palette, du Sack! Ich bin den gerade vor das Messer gelaufen, als du alles raus vorbei bist. Alter! Er sucht mich. Heil mich! Er sucht mich, findet mich auch nicht. Gut. Der Mate heilt mich gerade und hat den Generator fast fertig. Boah, das großartige Fähigkeit-Check hat er geschafft. Er stand eben gerade fast neben mir, Alter, und er hat mich gefunden. Hahaha! Jo, und Aufgabe geschafft. Jetzt habe ich die zwei restlichen Gents gemacht, die ich machen musste. Easy! Wo ist der Killer, ey? Ähm. Ich fühl mich so einsam. Irgendwo in der Nähe von mir. Dann habe ich gerade Mac laufen sehen. Mac ist eins mit dem Baum. Die ist meist die Luke mit mir, ey. Ich glaub's nicht. Und da wurde jemand geholt. Es ist ein Turm von hier aus. Und da ist der Ausgang offen. Na welcher? Der, der ganz weit hinten war. Ach sehn. Sind beide offen! Rennen! Äh, ich bin bei den anderen. Au. Den einen habe ich aufgemacht, den anderen jemand anderes. Äh. Ich hab noch ein paar Punkte. Ich laufe heute raus. Ja, wir hatten den Kinder bei uns. Jo, ich nicht. Was? Was? Ist gut nur als ein Generator gewählt, obwohl ich zwei gemacht habe? Boah, ist das denn bitte. Haha. Und ich hab keinen Pip dazu bekommen, jawoll. Mal schauen wir nochmal dem Asti zu. So holst du dir aber keine Punkte. Ich steh doch hier. Ja, du kriegst... Jetzt kriegst du Punkte, wo der Kinder da ist. Schlecht mich raus, danke. Und trotzdem bist du hinter mir. Haha. Haha. Nicht dein Ernst, oder? Doch. Haha. Und das, trotzdem hab ich die eine aus der Falle rausgeholt, oder? Haha. Ja. Ach, bist du ein Sack. Ich weiß doch, wenn ich ein Ding dazugekriegt hab. Haha. Hast du? Jawoll, hab ich! Haha. Oh, diese Low-Rank-Spieler hier immer, ey. Haha. Haha. Und 27! Yeah! Haha. Und jetzt hat sie Spüraufgang, glaub ich. Nee, das ist der... Da sind schon alle aus der Lobby raus, außer du. Deswegen wurde das jetzt erstmal geschlossen, der Server, und du bist als Einzelner drauf. Deswegen hast du ein kurzes Standbild. Plus 235. Jawoll. Jetzt hab ich 1425. You can take my heart. Everything, 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 everything. No more. Mist, da fehlt eins. Wo hab ich denn ne Nachricht gekriegt? Ach ja, ich muss noch auf dich warten. Also ich hab bei Discord 1, 2, 5, 7, 8... Ja Discord hab ich nicht. Discord ich nicht besitzen. Hör mal, ich bin schon fertig, ich bin schon wieder in der Lobby, du. Geht doch. Haha. Okay, einen Generator muss ich noch machen, da der eigentlich gewertet worden ist. Heieieiei. So, ich brauch noch 1387 EP zu Level 61. Wie viel? Ich brauch jetzt noch 3016. Bis zum nächsten. Jürgen, denk mal. Und ich brauch noch 3 Pips. Für Rang 13. Ich lass mich nicht mehr ohne. Es wird immer wieder. Nein. Ja. Wir werden nur in der Regel an. K smarten ist. Ich weiß es nicht so. Ich weiß es nicht. ich brauche noch zwei dinge habe ich 15 geschichten und ich habe immer noch von uns beinahe das bessere level 14 wird für dich eine herausforderung obwohl 14 muss erst mal hinkommen er ist ein game ohne das stehst einsam in einer gegend rum wo du dich getan bist das hättest du aber vorhin sehen müssen du hast ja kinder verfolgt ich springe aus dem fenster heraus denk mir so schnell weg hier und springe den kinder direkt vor die arme und er läuft trotzdem dir weiter nach als du mich vom haken geholt hast so wen will ich denn nach nias gehen die ausweis groß ich würde jetzt gucken was ich für täglich ritual aber was gerade ausgegraut was ist eigentlich deine archiv aufgabe aufgabe gerade keine ahnung was recht so ein symbol so ein auge da musst du den kurser mal hinbewegen bei fragment fortschritt das hat eine herausforderung ausgewählt ja super es gibt killer und es gibt überlebende herausforderung dadurch kriegst du mich auch noch mal zusätzlich blutpunkte wenn du die schaffst weil bei mir zum beispiel aktuell vier generatoren reparieren wieso ich denn die aufgaben raus und du gehst du gehst jetzt auf archiv gehst auf herausforderung auswählen liest du die durch die nicht komplett ausgegraut sind ja ich kann ich kann jetzt hier nicht nichts auswählen dazu muss ich ja rausgehen kannst du danach machen so was habe ich jetzt wirklich ich muss noch mit david king ausgangstor aufmachen wenn ich so gut mit david zweimal klodeckel und einmal lowey klodeckel mit so von vor der saß aus wie beglatze nur noch ein generator und keiner drückt bereit hier leonie ich habe dir gesagt dass ich bei wir bei famis bin das habe ich dir definitiv gesagt genauso wie mit josie und alex da sind das hat ich dir gesagt auch macht da nichts du bist bei famis schlampe ich bin ich bin ich weiß nicht mehr was das ist was ist das nicht in die crew in gta ja Bis zum nächsten Mal.